50 Jahre Ernie und Bert. Um den runden Geburtstag der Sesamstraße geht es ab sofort im Auswanderer-Museum auf der Veddel. Zur feierlichen Eröffnung der Sonderschau kam auch Bürgermeister Peter Tschentscher. Seine Lieblingsfigur ist nicht das Krümelmonster, sondern... Ich habe am besten in Erinnerung den Oscar aus der Mülltonne. Die rohe, grobe, aber eben doch herzliche Art. Die Bildungsaufgabe der Sesamstraße steht im Mittelpunkt der Ausstellung. Die Organisation Sesame Workshops geht mit den Puppen sogar in syrische Flüchtlingscamps. All die Informationen, die beispielsweise Flüchtlingskinder brauchen, um in solchen Flüchtlingscamps Hygienemaßnahmen einzuhalten. Und die sind besser vermittelbar mit natürlich unseren Inhalten, wie wir sie auch bei der Sesamstraße produzieren. Ab morgen startet die Ausstellung offiziell und bleibt dann bis zum Herbst im Auswanderer-Museum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017